Ihnen wunderschön. Ja, ich habe gesagt, ich habe Kamera dabei. Wartet mal, hier steht meine Kamera. Ich kann euch mal was zeigen. Könnt ihr sehen, was der Odin vergessen hat. Die verfickte Speicherkarte. Also kann ich nicht mit Kamera aufnehmen, nehme ich mit Handy heute auf. Ich habe ja gerade schon im Auto ein Video gemacht, wie ich hierher fahre. Ich habe, Andy hat mir auch schon ein bisschen was vorbereitet. Könnt ihr hier sehen. Also Base Caps. Hier vorne seht ihr so ein Weiß mit verschiedenen Kappen vorne dran. Hier mit grüner Kappe. Also Schirm heißt es, ja. Und da halt in sämtlichen Farben. Und hier hinten haben wir dann halt in Grün. Und da ist die Kappe, also da ist halt rot. Und hier, weil viele gefragt haben, wegen Farben, wegen dem T-Shirt. Ihr müsst natürlich nicht schwarz mit meinem Logo nehmen. Ihr könnt komplette Sortiment auswählen. Grün, alle drum und dran. Auch rosa. Andy, das sind aber normale Herren-Shirts, auch in rosa und ein Frauen-Shirt gibt es ja auch, wa? Andy sagt, die gibt es als unisex und für Frauen auch. Also bei Frau habe ich euch im Video gesagt, die haben ja so ein bisschen betonter. Die haben diese Brüste dran. Ja, die haben Brüste dran. Haben wir nicht. Ja, weil Frauen Brüste haben, sind die halt so betonter. Manche, wenn sie sehr dick sind, haben sie Brüste. Hast du recht. So. Kann ich mein Mikrofon auch erstmal wegpacken. So. Und ich habe hier auch noch, hat der Andy mir auch noch Kataloge bereitgestellt. So. Kann ich euch mal zeigen. Und was demnächst auch kommen wird, hat er mir extra ausgedruckt. Jogginghosen. Da wird dann mein Logo drauf sein oder nur der Schriftzug Odins Test. Da bin ich noch am überlegen. Das werden wir demnächst entwerfen. Und wegen der Softwarejacke. Viele haben hier gefragt, wegen der Softwarejacke. Wo steht denn das? Ja, das ist da. Seht ihr die Softwarejacke. Gibt auch ein XS, S, M, L, XL, XXL und 3XL. Ja, Andy und sein Papa testen gerade E-Zigaretten, die ich mitgebracht habe. Und ja, die gibt es in sämtlichen Farben. Wie gesagt, ich habe die jetzt auch gerade an. Seht ihr das? Und unten runter habe ich mein T-Shirt. Halt ja im Video schon jetzt leicht, wo ich im Auto mache. Wenn das schön zu ist, die hält richtig schweinemäßig warm. Und das wird auch kommen. Kurze Hosen. Ja, ne, wir sind ja noch machen. Das habe ich ja im Video davor im Auto schon gesagt. Also das gibt es noch nicht sofort. Also das kommt alles erst. Dann hat er mir noch mal so eine Softwarejacke rausgepackt. Dann könnt ihr mal sehen, wie sie so unbedruckt aussieht. Das ist jetzt für? Das ist für Frauen. Für Frauen. Die ist auch wieder so Frauen betont. Also seht ihr ja Teile und so. Achttausender Wassersäule? Achttausender. Genau. Da habe ich nicht durchgesehen. Das habe ich auch gesagt. Das habe ich auch schon gesagt. Und dass du mir irgendwelche Werte gesagt hast. Ich habe da aber nicht durchgesehen. Achttausender Wassersäule. Und qualitativ auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Also lässt kein Wasser durch. Achttausender Wassersäule. Das heißt, für Snowboard und so, sagt Andy, ist der halt gut geeignet. Und wir sind jetzt, wie gesagt, hier noch am machen. Und die Pullover und T-Shirts, die wird, seht ihr hier, sämtliche Farben, wird es gegeben. Bei einem hellblauen T-Shirt. Was meinst du? Beim hellblauen T-Shirt kommt der blaue Odin-Schriftzug. Da müssen wir Schattierung oder irgendwas machen, oder Umrandung oder sowas. Auf dem hellblauen. Ich habe das letzte hellblaue gesehen mit dem Gold und mit dem Silberdruck. Das sah geil aus. Alter. Darf ich das zeigen? Weil das war ja für irgendeine andere Firma und da habe ich gedacht... Das ist das Lückenweil. Das ist geil. Ich wusste ja nicht, für wen du das gemacht hast, ob ich das einfach so zeigen darf. So. Machen wir mal hier. Und da haben wir das. Das kennt ihr ja schon aus dem letzten Video. Seht ihr das? Und das kommt mit dem Blau. Mit so einem Gold und mit dem Silber dazwischen. Das Schwarze sieht richtig geil aus, Alter. Und dann halt so schön leicht gemacht. Also nicht... Der Druck ist ja dunkle, aber der ist schwarz. Was ist das? Der Druck ist ja schwarz oder dunkle, aber der ist schwarz. Schwarz. Und dunkle wird es noch kühler aus. Aber Alter, manchmal stimmt das nicht. Okay. Ja, und so wird es dann halt in Zukunft laufen. Und wie gesagt, das hatte ich ja schon im Video vom Auto gesagt. Ich habe mit den ganzen Klamotten nichts zu tun. Also ich gebe Andy jetzt hier nicht 500, 600 Euro und sage, hier mach mir mal ein Sortiment und leg mir das zu Hause hin und verkauf das oder so. Das läuft alles über Andy. Und die Jacke hier, die ihr seht, T-Shirt und so, habe ich alles selber gekauft. Also das ist jetzt hier nicht gratis oder irgendwas dergleichen. Das läuft alles hier ab. Also ihr schreibt Andy an. Unten im Video findet ihr auch wieder die E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Facebook-Seite. Hast du nicht gesehen? Schreibt ihm einfach eine E-Mail und dann wird das laufen. Ich habe jetzt mit ihm auch so weiter gequatscht. Er hat mir auch schon eine Preisliste fertig gemacht. Wie das jetzt mit Rückendruck aussieht, wenn der Rückendruck weg ist. Beziehungsweise vorne vielleicht ein bisschen kleiner ist. Das kommt auch alles. Und Fotos werden dann auch natürlich noch nachgereicht. Also ich halte euch natürlich offen laufenden. Laufenden. Hoppala. Oh, jetzt muss ich mir erstmal bücken. Die Hälfte habe ich ja umgeschmissen. Weil ich habe jetzt dann nämlich noch die Videos von dem Laptop und ein paar E-Sigaretten gemacht. Und dadurch habe ich das vergessen. So. Und hier seht ihr das praktisch. Das ist halt normal. Unisex. Und das ist halt, hoppala, für Frauen. Das sieht richtig, richtig geil aus. Und grün. So. Und hier haben wir dann die Pullover. Hier seht ihr praktisch mit Kapuze und ohne Kapuze. Die sind jetzt in krassen Farben. Aber ihr seht hier, dass wirklich sämtliche Farben möglich sind. Also da könnt ihr euch schön auslassen. Hier sind dann noch ein bisschen dickere Pullover. Die Pullover gibt es in verschiedenen Dicken, wa? Hier gibt es immer Snake. Snake ist unisex und ganz dünn. Und dann für andere Slam. Und das richtig. Also hier leider jetzt noch. Aber bei dem, also die Snake gibt es in dünn, mit Kapuze und ohne Kapuze. Und dann gibt es noch die ganz dicken, mit Kapuze und ohne Kapuze. Und dann Slam hier noch. Kann ich mal Slam, kann ich mal. Da steht irgendwo so ein Tattoo-Shirt. Ah, hier? Die hier? Da steht Tattoo-Shirt. Ja, hier. Links, 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 links weiter. Noch weiter links. Ach, da habe ich. Genau, das ist so ein Slam. Oh, Polo-Shirts. Kann ich auch mal zeigen gleich. Weil da habe ich auch schon eine Idee gehabt. Ach, da hängt ein Muster. Denk Muster. Denk Muster. Von einem Polo-Shirt. Ja, da habe ich mir nämlich auch überlegt, denn hier vorne auf der Brust. Kleen mein Logo, so wie auf der Jacke. Und hier am Kragen Odins Test. Auf ihm oder auf Beden. Kommt bestimmt richtig geil. Oder auf ihm Odins Test und auf dem anderen Kleen ein Auge. Ganz kleen. Das kommt bestimmt richtig geil. Hinten werden wir dann wahrscheinlich freilassen. Oder euch überlassen, ob ihr da Follow Me haben wollt oder nicht. Und wie gesagt, hier haben wir nochmal einen Blau. Mit einem Kragen. Der schwarze hat jetzt keinen Kragen gehabt. Es gibt auch welche mit so farbigen Kragen. Und das ist jetzt der Pullover, was Andy gemeint hatte, in Small. So. Und ihr seht da auch, I love Tattoo an der Kapuze. So. Das ist hier gar nicht unten stehen, oder? Sieht geil aus. Also dick und dünn gibt es die Pullover. Mache ich jetzt erstmal wieder weg. Wir gucken hier nochmal ein bisschen durch. Oh, Wesken gibt es auch? Daunenjacken auch? Mensch, was gibt es denn alle für den Scheiß, Alter? Du kannst Daunenjacken auch bedrucken, oder was? Daunen gibt man auch nicht. Krasse Scheiße. Daunen gibt man so der Hammer. Ja, ich zeig das nur. Und du machst das auf Bestellung. Ja, will ich ja. Oh, für Kinder auch. Ich hab ja auch ein paar Jugendliche, die mir folgen. Wenn die halt die Logo wollen. Gucken wir mal durch. Andy hat mir nämlich schon einen jetzt markiert. Oh, hier nochmal Pullover für Kinder. Auch wenn die jetzt zum Beispiel sagen, der Preis ist okay. Ich möchte gerne, was weiß ich, ein Pullover für meinen Stift haben mit seinem Namen oder Lieblingsband. Individuell. Genau, Andy macht das individuell. Dann schreibt er dem Andy, sagt er, was er haben wollt, schickt ihm die Bilder und dann sagt er euch einen Preis und dann macht er das. Fertig ist. Auf seiner Facebookseite, also auf Andy, die auch bei mir in der Videobeschreibung steht. Da müsst ihr mal in die Galerie gucken. Da hat er nach Monaten und nach Jahren sortierte Ordner und da sind Bilder drinnen von den Produkten, die er schon so hergestellt hat. Ah, hier sind die Caps. Hier haben wir sie auch in einfarbig. Und Tücher. Die hat er nämlich auch bereitgelegt. Die habe ich vorhin vergessen zu zeigen. Ihr könnt auch Tücher, die könnt ihr für Hunde, für euch selber nehmen. Für den Koch oder was weiß ich. In sämtlichen Farben. Halt auch. Rosa. Rosa sieht natürlich auch geil aus. Für Frauen. Wobei dieses Gelb finde ich auch geil. Ihr habt ja schon mal mein T-Shirt gesehen. Ich habe hier ein gelbes T-Shirt mit meinem Logo. Gelb. Und mein Logo sieht auch richtig verschärft aus. Und dann haben wir hier noch was. Rucksäcke. Das ist natürlich auch geil. Bei mir? Bei mir steht kein Rucksack. Ach, da hinten in der Ecke. Hat er so ein Modell hier. Wie geil ist das denn? Das ist ja geil. Das wäre auch was, wenn ich jetzt meine Dampferrunde mache. Da könnte ich dann alle drin klatschen. Und dann einen schönen Rucksack mit meinem Logo. Und dann passt das ja schon. Sportbeutel. So viel Scheiße. Und das kannst du auch nicht bedrucken? Ja. Krasse Scheiße. Seemannsbeutel. Krasse Scheiße. Seemannsbeutel. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Jute Beutel. Muscheln nicht so. Sieh, 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 sieh. Sieh, sieh, sieh. Sieh, 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 sieh. Ja. Da wusste ich ja nicht, was du hier alles so drucken kannst. Weil es ja alles so drucken kann. Alles? Alles. Oh, Laptop Taschen. Sind hier auch Bauchtaschen drin? Ja, die gibt es auch so drauf. Die muss ich mir nachher noch raus suchen, weil ich will ja noch eine Bauchtasche haben mit meinem Logo. Echt? Die haben die gleiche Taschen und die gleiche Taschen und die gleiche Taschen. Echt? Da kommen wir auf jeden Fall auf den Nenner. Also ich werde mir auf jeden Fall noch eine Bauchtasche holen. Ja, der Endi, der sitzt hier, den habt ihr ja schon die ganze Zeit im Hintergrund gesehen. Da sitzt er gerade, der arbeitet. Und ihr hört, die Musik ist nicht meine Musik. Also ich werde hier teilweise Höllenqualen ausgesetzt. Ja, das war es soweit, würde ich sagen. Wie gesagt, Jogginghosen kommen. Da werde ich dann nochmal... Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Das ist eine Jogginghose. Und mit dem Logo und wie wir das alles aufziehen, ich habe so ein paar Ideen. Andi hat so ein paar Ideen. Andi macht das natürlich schon sechs Jahre. Also der hat dann natürlich schon mittlerweile mehr Erfahrung. Und ich komme dann nochmal an und sage, das will ich haben. Und sagt dann, das würde aber so kacke aussehen. Mach lieber so und so. Dann sieht es geil aus. Auch mit dem Rückendruck. Mit dem Follow me. Was ich euch ja auch gezeigt habe. Hatte ich ja vorher auch so untereinander gewollt. Mit dem größeren Logo. Von Facebook, Twitter und so. Und da hat Andi gemeint. Nee. Ach so, Andi druckt doch gerade. Mach lieber nebeneinander. Das sieht übersichtlicher aus. Und kommt besser rüber. Kommt besser zur Geltung. Hat er recht gehabt. So. Dann würde ich hier jetzt aber auch erstmal einen Cut machen, Leute. Tut mir leid, dass ich nicht mit dem Camcorder aufnehmen konnte. Weil ich Dussel mal wieder meine Karte vergessen habe. Die liegt nämlich zu Hause im Laptop. Der ja gerade dabei ist, Videos hochzuladen für euch. Aber beim nächsten Mal habe ich den Camcorder auf jeden Fall wieder mit bei. Ich verabschiede euch. Ahoi. Sagt euer Odin.